Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von RonaldoFarmus' neuen Update ist da. Ich habe einmal Geld in die Hand genommen und mit meinem letzten Z3-Set diesen Traktor hier gekauft. Daran Maximus seine Antwort macht, ähm, würde ich sagen, ja, schau uns das Intro zuerst an. Max, du kannst wieder reden, ne? Okay, äh, halt mich nicht. Wir kaufen uns jetzt echt hier eine Waffe. Auch ein Einer, der irgendwas macht, keine Ahnung. Wir kaufen uns jetzt hier eine Waffe. Ich muss euch ganz gut ein bisschen größer ziehen. So Leute, ähm, jetzt ist Thomas auch dabei. Wir kaufen uns jetzt eine Waffe. Welche wollen wir kaufen? Glock, oder? Also wir werden jetzt mit dem OBS halt ein bisschen jetzt kriegen. Ähm, wir gonnen uns eine Glock. Ich habe uns mit unseren letzten 10 Cent, die wir hier noch hatten, uns den Traktor noch gekauft. Thomas, Achtung, wollen wir jetzt hier Remote Control, dann können wir durch diese Pöller fahren, die es da jetzt gibt. Remote Control, was hast du denn? Das ist so ein neues Ding, das kostet 2000. Hast du so viel noch? Was kann ich damit machen? Ja, ich kaufe mir noch. Ist illegal. Ähm, ja, ja, aber dann gehen diese, ich sag mal, Pöller, weißt du? Wo du nur zum Beispiel zur Polizei kommst, die gehen dann runter. Also, du musst dafür dann keine Polizei sein. Das muss fahren. So, wir gehen jetzt zur Bank, oder? Direkt ein bisschen Action machen. Hast du eine Bombe? Wollen wir direkt aushauen? Ja, hol dir mal eine Bombe. Ich will, hab' mir Geld. Warte auf mich. Ich hab' mir grad nur ein Ferrari gekauft. Ich hab' mir auch ein neues Auto gekauft, da kommt, dazu kommt auch beim Video. Also, ich überlege, ob ich ein Video dazu mache. Weiß ich noch nicht, aber eigentlich will ich jetzt machen. Hast du eine Bombe an der Kaka? Ja, ich hab' jetzt erstmal eine nur. Boah, Digga, was stimmt da hier nicht? Hallo? Boah, mein Auto ist so kacke hier. Ich muss mal kurz die Lautstärke von Roblox ein bisschen lauter drehen. Äh, so. Und eine, ich hab' mir, also für uns eine Bombe gekauft. Wir gehen jetzt erst mal direkt zur Bank, machen dort Action. Thomas ist auch dabei. Hallo, ich bin auch da! Lars, gerne mal ein Like und dann mal ein Abo da. Das muss nicht sein. Wo bleiben denn die Bullen? Ja, wie gesagt, ich hab' das Licht, aber wäre sehr nett. Ha, doch! Äh, ich hab' ein bisschen zur Wechsel, es gibt noch viel Bullen. Äh, bis jetzt gleich wieder Leute, bye! Okay, bis dann, so Leute. Ich bin jetzt auf meinem Server mit ganz vielen Leuten. Bist du mal mit mir von? Nee, nee. Ähm, Leute. Fast aber auch, verdammt! Es gibt noch falsche Update, wie. Von mir ist halt ein Update, wie du machen, wie beim letzten Update, nämlich. Hä? Kannst du da nicht durchfahren? Ja, hier ist ein geiler Frühstück. Ja, ja, ich weiß. Hier sind wir immer eingebrochen früher, wo wir immer diese, diese geguckt haben, was hier ist. Und jetzt ist ja auch endlich da was. Und egal, hier ist, gibt's ne Rampe, hm? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. In meinem Update-Video, aber wir können uns kurz angucken gehen. Äh. Äh. Ah, das kann man sogar mal ein Auto, da sieht's auch noch so, ich bin mal weg, ne? Geh doch runter, du dummer Pol- sorry, du Pöller. Ich weiß nicht, wie die heißen, korrigiert gerne in den Kommentaren, wie die heißen. Lass mal zur Polizei gehen und ein bisschen mobben. Die Bullen verfolgen nicht. Jetzt haben wir das big problem, glaube ich. Kannst du den einabhängig schreiben, ne? Ja, da vorne ist halt auch einer. Äh, Max? Big problem. Ja, ich fink auch. Ganz schnell wegfahren. Wo bist du? Fahr weg. Fass weg. Fass- Wann geht das? Unsteigen ins Auto! Machstad eine Aufnahme! Kass! 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 Ihr habt ihr bitte getrunken! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Was ist das? Max, äh... Fau mal da rein, ey! Wenn du diese scheiß Teile fau da rein! Nimm doch rein! Scheiß Blöcke! Komm mit Gas! Komm ich überhaupt wieder raus? Ja, okay! Oh nein, die Bullen kommen rein! Komm, behalt dich doch! Ich hab... Ich hab ein großes Problem! Willst du zurückkommen? Ja, bitte, Thomas! Wirst du bei mir einsteigen? Die sind mich kurz vorm Festnehmen... Oh nein! Oh nein! Fuck! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt muss ich mit Thomas seinen Traktor wegfahren! Ah! Mach die scheiß Tür auf! Zu! Oh nein! Oh nein! Oh nein! BO, wirst du uns her! Oh nein! Ganzeem Staffeln sind hier angerückt? Oh nein! Oh nein! Ähm! wszystko seht! cut! Ich bin eingepackt! Donut!" Oh nein! Ich bin eingepackt! Oh nein! Former-Wennennenn sketch! Sehen an! ich hab schnell die remote control rausgeholt ok leute wir sehen uns wieder wenn ich im gefängnis raus bin immer schief oder ich habe ihm gesagt er macht aber es kann sein dass er mich hier freilässt aber ich bin beim gefängnis also vorm gefängnis es kann nicht sein dass er jetzt gleich ein neues autos worden ist aber ich bin mir sicher pinöfel er hat eine sanität hast du der team mit jemanden ich meine brust hat die hilfe weil ich den moment festgenommen die hat mit jemanden von insel festgenommen gott nichts machen gefesselt leute das ist unfair weil das ist betrug darf nicht in diesem spiel sein dieser polizist team mit jemanden denn ja okay aber er hat erst mich rein obwohl er den viel früher festgenommen und er verständnis mehr jetzt jetzt reicht es mir bewertung abgeben scheiße leute wir sehen uns jetzt gleich wieder wenn irgendwas passiert er wird aus das ist eine minute wir sehen uns gleich wieder in ein in zwei minuten leute wir sind jetzt draußen immer dieser wuster wir fahren jetzt würde ich sagen wieder zum dealer wo ist der nächste der leiche direkt um die ecke an diesem park ist direkt hier vorne kommen wir da rein ne was haben egal was du ich glaube schnell ich habe keinen bock auf nur rumzufahren wo ist denn der remote control können noch so eine bombe aber noch mal so ein blog kaufst du die branche ich habe den baller kaffee es ist hier beim friedhof haben wir noch eine g6 und polizei beim friedhof und dann ist das kacke machen ich dachte schon machte krank was machte kraftmann hier im friedhof und dann ist die stofflich reingelieferten weil ich habe Angst dass ich wollte jetzt geht es ein bisschen runter wo auch wo man hier hat eigentlich müssen mit dem auch ein wie gut sein irgendwo muss jetzt hier dein Name stehen weil jetzt gehen immer die letzte leute die tot sind also die gestorben sind gegen etwas 214 höre ständiger rückting trotz war kikona polizei ist hier mal polizei ist mit einem auto wenn ich irgendwo mein auto so weit weggeschoben wo bist du muss halt nur kurz vor latschen ich habe auch eine leute ich empfehle ich empfehle euch solche projekte das stimmt nicht mit dir wie viel hast du mit ihr truppen ich schwörste ich werde jetzt so für deine scheiß schnauze gleich einhauen hey 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 ähm leute die dumme bullen hier verpisst euch doch max die bulls sind da die wollen mich festnehmen warum ich komm nicht raus ich steck fest hier mein auto wurde beschädigt mein auto ist kaputt ich muss weg hm was ist das kannst du mich abholen komm bitte mein auto ist kaputt ja ich steck hier fest wegen so einem Affe wegen so einem Affe der lässt mich hier auch nicht durch ist dein auto komplett kaputt ja komplett ja jetzt 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 lass mich rein ich bin abgeknallt warte du Stück scheiße lass mich rein du das ja mach schon du bist so ein dummer du bist so ein dummer das letzte mal mit dir du kleiner schweißt du mich raus ich hab dich nicht rausgeschliffen aber egal was schmeißt du mich raus zu dummer oh digga wieder 10.000 für den sand versetzt nur wegen deiner unkooperation warte doch mal das schaffst du nicht du bist dafür zu schlecht oh digga das wirst du nicht schaffen sagst du dann würde ich jetzt tasern dann wirst du gefickt sein naja gar nicht schnell wegfahren vielleicht wird er jetzt auf deine Reifen schießen und du wirst gefickt sein ja auch mal dein auto ist kaputt komplett halt ja ich hab das ordentlich gefühlt jetzt nicht ein du willst du dir Auto du willst du dir Auto warte mal so eine schöne Folge ne ey ich schwimm weg dann kann ich verlasse ich vielleicht ja ja das ist mein Ziel dass ich schön weg schwimme da kann ich nicht abholen komm du musst mich dann halt gar nicht mehr fahren schon weg warte er fuhr und weit weg nein 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 tschüss warte weg er kommt er kommt er kommt er ist ihr könnt verlassen nein noch nicht er kann das nicht er kann das nicht geholter wasser geh ganz unter wasser geh ganz unter wasser tauch runter ich kann dich verlassen oder ja das glaube ich schon komm her jetzt kommt jetzt kann ich komme die abholen ich kann mich ganz gut er hat mich gefehlt hat nein ich überfreie einfach genommen ich bin du knosch tut kleiner bitte immer hat mich freigelassen bis zum knapp ja auch hier oben ist aber nicht haben leute es wurde von jemand abgeholt ehrenmann an sich danke willst du mich halt verarschen ich glaube es kann es ja dass du dumm bist lasst ein like und abo da warum bei weil die aufnahme zu Ende ist ich bin nicht du hast gesagt nein ich dachte du hast gesagt ob wir aufhören sollen ich hab gefragt mach mir weiter du so ne du einfach neu starten bums drauf das geht ja auch nix mehr alles tu doch einfach mit neuer anfangen und zusammenstellen ich habe schon mein Auto abgespielt ich sehe nicht ein jetzt eigentlich ah ok dabei muss ich alleine weiter ja weil mir von gekommen wollen wir von der Komplett Neue machen weil irgendwie war die eh scheiße ne warum ne keine bock meine geht schon 10 minuten wie lange sollen denn die gehen ne jetzt tu einfach ein neuer ja und übrigens bis zum nächsten mal diesem wix habe ich jetzt kein bock mehr weil wir für Traktorshopcom mit gefickt Max hat auch kein bock mehr äh sorry und ja das ist der guten Abo da und tschau und ich habe noch Vielen Dank.